heute möchte ich mit euch mal ein bild machen so eine john beckley art dazu habe ich hier zwei farben angerührt einmal dieses turkis und einmal magenta die die bringe ich jetzt erstmal als rundierung auf das lasse ich dann trocknen und dann machen wir mit klebeband noch gewisse andere sachen so jetzt muss ich erst mal gucken dass ich das noch nicht hinkriege das habe ich schon ein bisschen macht schmeißen die farbe mal drauf schau mal so ich glaube die hätte ein bisschen dünner sein können ich muss die wurfrichtung nehmen weil sonst alles auf dem fußboden verteile so jetzt haben wir noch magenta drauf das möchte ich jetzt so in diesem bereich verteilen gut das sieht schon mal gut aus erst mal ein bisschen aber kann nicht schaden so perfekt die farbe ist jetzt getrocknet deswegen noch mal ein paar quadrate fest so ich so ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das war die erste Runde. So, das war die erste Runde. Ich habe hier schon mal abgeklebt. Jetzt möchte ich hier grau rein machen. Ich gebe das noch mit Weiß hier rein. Gut, was. Jetzt mache ich schön hier durch. So. 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 Now. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war das Weiß erstmal, jetzt hatte ich mir als zusätzliche Farbe Oliv rausgesucht, mach ich noch mit da rein. So, das war das Weiß, das war das Weiß. So, das war das Weiß, das war das Weiß. Okay. Jetzt habe ich hier schon mal ein paar Quadrate abgeklebt, damit ich mit den Schattenfugen beginnen kann. So, dann wollen wir mal sehen. Das ist eigentlich das schwierigste überhaupt an der ganzen Sache. Aber ich hoffe mal, es wird was. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 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 Jetzt zeige ich euch nochmal das fertige Bild. Diese Art Bilder ist echt viel Arbeit mit der ganzen Abkleberei. Aber ich hoffe euch gefällt das Bild und die Arbeit hat sich gelohnt. dann sage ich mal bis zum nächsten Mal wenn euch das Bild gefällt empfehlt mich weiter damit noch mehr Leute meine Videos anklicken dann sage ich mal bis zum nächsten Mal tschüss